Hallo und willkommen zu einem weiteren Part Splatoon Online mit mir, dem Trane 290 MP und dem Mico XC. Ich bin nicht da. Nein, hallo an meine Zuschauer. Ich habe mir den Gallon ausgerüstet und was hast du? Ich habe die Airbrush MG oder wie das Ding auch immer heißt ausgerüstet, meine damalige Signature-Waffe aus Splatoon 1. Nur in Gold und ich habe sie hier jetzt in Silber. Aber mal gucken, was wir mit erreißen können. Also ich habe ja immer gesagt, wer damit spielt, ist ein Nook. Ah, die Reichweite. Nein! Mr. Maria? Was? Was ist gut? Was ist gut? Sind wir im Gegner-Team? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, wir sind im gegnerischen Team. Wird Zeit, den Mico fertig zu machen, würde ich mal sagen. Ne, das ist nicht nett. Doch, ich werde dich vernichten. Oh Gott. Der will mich vernichten. Ich will dich nicht vernichten. Ich würde dich nicht vernichten wollen. Niemals. So, wo bist du denn? Ich will dich begrüßen. Ich glaube, bei euch ist einer verpuppt. Och man, ist das scheiß Pinsel immer. Verreckt doch, nein, Mico! Ich war das nicht. Ach, das war SLP. Ist das wieder so eine Gilde? SLP, ich glaube schon, ja. Bin mir halt nicht sicher. Oh. Oh, dieser Sniper, ne? Dieser Pinsel, ne? Mein ganzes, mein ganzes Team besteht aus fucking Noops, alter. Ja, Switchy. Wir haben Switchy im Team, wir haben Switchy in der Gegnerseite. Schön. Fick dich, Switchy. Sorry. Ich kriege auch kein Kind. Meine Fress dieser Scheiß. Ich wechsel gleich die Lobby. Ich hab kein Bock auf den Pinsel. Sind wir echt nur zu dritt? Sind wir echt nur zu dritt? Ich hoffe doch. Das wäre richtig mies. Das wäre so richtig eklig. Ne, das muss doch so sein. Ich finde das toll. Oh Mann, Switchy war hinter mir. Was soll denn das? Mein Team zackt gerade richtig hart. Ah, der wird mich halt eingetötet. Und ich weiß auch, warum mein Team so hart zackt, alter. Oh ja. Wo hat mich Switchy denn abgeschossen, alter? Habt ihr das gesehen, Leute? Kann nicht angehen. Ich werde die ganze Zeit getötetet. Mein ganzes Team ist gerackt, alter. Und wir sind nur zu dritt. Ich bin auch nicht so gut. Ich krieg das mit dem... Mit dem Dings auch nicht gut. Mit der Galon. Aber wir sind hier auch nur zu dritt. Ja. Ich bin natürlich gut, ne? Nein. Ich bin wirklich krass. Oh, Mr. Maria. Der Pinsel geht mir so... So was von gehörig gegen den Strich gerade. Geht mir so aus. Gott, haben wir das verloren, alter. Guck dir das an. Ja, ich könnte auch gerade kotzen. Dass wir das noch gewonnen haben, ist ein Wunder. 25 Prozent. Wir haben so hart gesackt, alter. Und wer ist geflogen? Wer ist geflogen? Thomas, natürlich. Richtig atomisch. Thomas ist das, ey. Ja, echt so. Ja, gut. Das ist so ein Alpha-Thomas. So ein Alpha-Thomas. Bis zum nächsten Kampf. Aber wenn es bei dir schlecht läuft, läuft es bei mir meistens gut, wenn du ein Gegner-Team bist. Also... Ja. Jetzt sind wir wieder in einem Team. Haben die den Pinsel. Den haben die Kalligrafen. Den wirst du gleich verfluchen. Ich swirf dir. Den wirst du hassen. Oh Gott. Und dann auch noch Perlmutter Academy. Ich hasse diese Stage. Echt jetzt? Ja, ich mag die nicht so gerne. Ja, die ist... Die ist nicht so... Nicht so krass, ne? Meine Lieblingsbahn ist diese Skater-Bahn-Dingens-Kirchen-Bahn. Keine Ahnung, warum er die Waffe hat, die der Reichweiter hat. Okay, guck mal, ich komm halt kaum beim Gegner ran, vor allem mit Schwabber. Der hat doch keine Chance mit einer Nahkampfwaffe. Haben wir den Sniper im Team? Ne, ne? Ne, leider nicht. Oh Gott. Was hast du als Special? Ich hab, ähm... Massen-Curling-Bomben als Special. Oh, dieser Kalligraf, Alter! Ich sag's ja. Der ist richtig ekel, da. Willst du das? Ne. Ach man, ich krieg halt mit der Waffe... Unser ganzes Team wurde gerade gerackt, ne? Echt? Der Kalligraf hat die komplett auseinandergenommen, einfach. Ja, der ist wirklich... Der ist akkul. Kommt ja auch nicht durch, jetzt lass mich hier durch. Der Kalligraf geht mir so gegen den Pins, Alter. Ach, hm! Dieser Kalligraf, Alter! Jetzt bin ich woanders gestorben. Das ist so fucking unfair! Gott! Also das, logisch, das ist eine Katastrophe hier. Definitiv. Wie hart wir einfach verlieren, ne? Ja, was soll man machen, ne? Nein! Mr. Maria! Oh, der Kalligraf schon wieder... Sag mal auf, jetzt rumzuspritzen. Ey, mit Kalligrafen braucht man auch kein Skill, ey. Ja, wir einfach verlieren. Wir sind so schlecht einfach. Oh Mann. Ey, das ist wirklich ein Scheiß-Part jetzt schon. Jetzt schon ist Scheiße. Wir haben, wir haben ein Level 50er, ein Level 48er und der Kalligraf hängt auf unserer Seite. Wie gesehen. Ja, ich bin auch... Oh, was? Ja, ich schwör's dir. Den Kallig, mit Kallig, kommt voraus, kein Skill, der brauchst du nur schütteln. Ich krieg kein einzigen? Ach, Junge. Fucking Kill, Alter! Ich auch nicht. Die töten mich einfach alle. Was soll denn das? Das ist ja hier gerade sehr, sehr geiler Part schon. Alter, gerade war das ganze Gegner- Ich weiß, ich weiß. Gerade war das ganze Gegner-Team tot, ne? Ja. Meine Zuschauer freuen sich gerade richtig hart. Nein! Nein! Oh, du dummer Eimer! Und du sagst auch, ich höre. Ich habe jetzt schon keine Lust, Mann. Wir sind im ersten fucking Kampf. Ne, im zweiten fucking Kampf. Och, Mann. Das ist meine Waffe. Ich brauche eine andere Waffe gleich. Ich brauche unbedingt jetzt eine andere Waffe. Oh, Edson. Ich brauche eine andere Waffe. Wie hart wir das verloren haben? Guck dir das an! Das ist ja... Was? Das haben wir gewonnen? Natürlich. Wir haben es gilt. Das ist natürlich. Ja, das haben wir in der letzten Sekunde gedreht anscheinend. Das ist der Skill. Zwei Kills, Alter. Zwei. Ich habe auch eine Fünf, ey. Oh, Mann, ey. Das war richtig schlecht von uns. Wir haben trotzdem noch gewonnen. Das war Glück. Ja, gut dann. Warte. Bis gleich. Bis zum nächsten Kampf. Ja. Lol. Die Stage ist geil. Eine meiner Lieblingsstages. Und wir sind im gleichen Team. Sehr schön. Natürlich haben die den Level 50er. Ja, wir haben ein paar die Grafen, gell. Ja, der Kalligraf ist heftig. Der Kalligraf ist heftig. Der nervt uns nicht. Genau, der nervt uns dann nicht. Vielleicht kriegen wir dann auch mal ein paar Kills ab. Ja, wir sollten uns auf einen Termin das aufregieren. Wie du schon sagst, im ersten Part. Kills, Nebensache. Genau, aber nur im Revierkampf. Im Rangkampf sieht das dann die Geschichte schon wieder anders aus. So, Switchy's dead. Nein! Meine Fresse, die haben doch diesen fucking Sniper und diesen Eimer. Das ist so fucking unfair einfach. Wie die uns einfach wieder mal vermischen, Alter. Vor allem weiß man nicht, was ich was sagen soll. Weißt du, ich lache gerade eigentlich, aber eigentlich ist mir mehr zum Heulen zumute. Ja, mir auch gerade. Ey, ich weiß nur, was man nicht was sagen soll manchmal. Das ist ja... Das ist gerade richtig schlecht. Ja, das ist so... Ja, aktiviert dein Special noch, du... Ja... Switchy, du bist mir ganz... Du bist der Beste. Ja, Switchy ist tot. So macht man das. War auf, diese kleinen Kleckser abzufeuern, hier. Nein! Och, der Sniper, der lässt mich halt nicht in Ruhe. Tichy war fuckt mich gerade richtig ab, Alter. Ich komm hier. Ich... Ja. Oh, nicht so wieder. Diese Kack-Special, ne? Das ist wirklich cool. Ja, ja. Verreckt. Nein, ja. Müsst du Maria auch noch mitgenommen. So macht man das. Double Kill. Aber irgendwie ist auch von unserer Seite sehr viel... Da hat jemand an sich ausgetrunken. So, dann... Dann machen wir das doch alles mal wieder Lila. Weil Lila ist ja unsere Lieblingsfarbe. Wir sind ja keine Pikas. Oder sowas. Und die Xboxe, da lassen wir bestimmt nicht spielen. Ich töte halt keinen. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das ist eine scheiß Runde. Das ist alles scheiße hart, Alter. Die Leute, die da zugucken, denk auf, wir sind die größten Splatmoves. Echt, oder? Was? Wieso drei Leute? Drei Leute gehen auf fucking mich, Alter. Och Mann, das ist so kotzen wie das Sniper. Weißt du, was mir ein Sniper richtig ankotzt? Das ist die, wenn der Gegner zu nah kommt, richtig flieh. Wie richtige Feiglinge verpissen, Alter. Nach hinten ist meine Trompen. Das sind halt richtige Camper, ne? Und wie hart wir das einfach wieder verlieren. Oh, ich hab mal keine Reichweite mit meinem Scheiß hier. Ich brauch nur Waffen mit der Reichweite. Ich sag's euch im nächsten Mal. Alter, diese Reichweite, ne? Das Sack, das ist richtig schlecht. Ich kann so hart weinen. Ich bin nicht mehr. Guck mal, wie wir gesuckt haben, Alter. Ey, das war der zweite Kampf und der Sack. Oder war es der dritte? Das ist der dritte. Der dritte. Und wir dritte Part, wir haben nur gesuckt, ne? Obwohl wir ja immer gewonnen haben. Wir haben nur gesuckt. Richtig übel, Alter. Was war das denn für eine Scheiße? Ich brauch ne Waffen mit mehr Reichweite. Ja, ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Kampf. Ja. Ja. Oh, Permut Academy. Hier sind wir mal wieder. Schön viel splatten gleich. Ja. Und hoffen, dass wir nicht verlieren. Ja, wir haben endlich mal den Sniper. Jetzt geht der uns nicht permanent auf den Sack. Und vor allen Dingen haben wir auch sehr viele High-End-Leveler, ne? Ja, leider. Von, ich bin, Leute, ihr wisst, ich bin Stufe 6. Und wir haben hier von Level 50 bis Level 25 alles drin. Nur nichts, was mit Level 10 ist oder so. Und ich bin auch nur Level 14, also von daher. Ja, der Kalligraf hat mich auch gerade richtig hart. Oh, was? Fick dich, Alter. Ey, 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 ey. Wir sind hier jugendfreundlich. Irgendwie sowas. Scheiß auf Werbefreundlichkeit. Ganz ernsthaft. Na, Werbefreundlich würde ich uns nicht mehr. Oh, ne. Nicht die Kackkugel, Alter. Bitte nicht. Oh, Spreecure nervt doch nicht. Oh, Mann, Felix. Verpiss dich doch mit deinem Dude-Latsch. Ach, Mann, ich hasse diesen scheiß Quasto-Kalligraf von Müll. Wieso lache ich eigentlich? Ich könnte gerade eigentlich nur weinen. Und dann habe ich auch noch diese scheiß Dinger als Subwaffe. Dieser Kalligraf, ne? Ich erübe mich gleich selber. Ich habe ihn getötet. Ja, so gehört sich das. Endlich, er ist tot. Aber leider kommt er gleich wieder. Ja, das Schlimme ist das. Mann, ich treffe den scheiß Taligrafen-Behinderten nicht. Ich raste hier komplett aus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Werbefreundlich. Werbefreundlich. Egal, meine YouTube-Splatoon-Part sind eh nicht monetarisiert. Von daher... Oh, Mann, Precure. Meine Videos sind eh nicht. Ich kriege hier gerade nichts gerissen, ne? Ich kriege hier nichts gerissen. Ich auch nicht. Was soll ich machen? Ich bin gerade einfach richtig kacke. Bei wenigstens gesehen. Mann, krieg vor allem Zeit... Ja, ja, komm, den Kalligraf. Der Kalligraf ist tot, Alter. Was bringt das denn, wenn wir auch sterben? Du rast das auch richtig aus, ne? Scheiße, Alter. Oh, Mann. Ich hab keinen Bock, das zu verlieren. Ich auch nicht. Der Evil Cooper ist tot. Schnell, einfärben. Alles einfärben, was geht. Alles einfärben. So viele Flächen wie möglich. Ah, und, und. Haben wir das mitgewonnen? Haben wir verloren? Oh, das ist knapp. Ah, das könnte knapp werden. Aber ich denke schon. Oh. 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 Das ist so... Dieser... Dieser... Nee. Hey, ich will nicht mehr. Das fuckt mich so hart ab, ne? Aber ich bin Stufe 7. Und ich krieg nur einen Effekt. Besser Effekt, bitte. Guter Effekt. Ich bin... Ich krieg... Ja. Gut. Bis zum nächsten Kampf. Also, ich will ja... Wir wollen ja nicht sagen... Wir wollen ja keine Ausrede hier erfinden oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in UiLive, also jetzt ohne Aufnahme, wirklich voll gut sind. Ja, aber jetzt hier in der YouTube-Aufnahme ist... Scheiße, wir halten sich nie rein. Ja, wir geben... Wir zeigen unser Bestes, ne? Ja, wir zeigen uns von unserer besten Seite. Wir sind richtig Killer. Ja, so muss das. Ich hoffe, dass es so muss. Man will ja sein Skill auf der Aufnahme haben, wa? Ja. Skill. Das wäre unser eigener Team. Wir nennen da... Setzen wir Skill mal in Anführungszeichen, weil wir sind echt richtig gut, ne? Das kannst du schon gar nicht mehr mit Skill vergleichen, sondern wir sind over-skilled. Och man, die waren beide so schön in der Ecke und ich schieb die nicht tot. Was? Also ich mein, also ich mein natürlich, aber ja, das war richtig skillig, weil ich da abgezogen habe. Nein! Och, Mr. Marias mit dem Scharfschützen, die wär richtig gut, alter! Er hofft, denn ein unser Teamkollege schreit zu mir. Ja, wir sind doch schon bei dir! Wir sind tot, hast du nicht gemerkt! Hahaha! So, aber... Wir scheinen gerade hart zu gewinnen. Wir haben Hautdruck erledigt. Also wir sind... Wir zeigen uns natürlich von unserer besten Seite. Was? Und das macht man natürlich mit dem Mann. Einen auf den ihr macht. Yeah, motherfucker! Ja! Geh tot! Nein! Dieser Scheiß-Kalligraf, ne? Ich... Das fuckt mich so sehr ab, alter! Ich will mein... Ich will mein... Ich will mein Skill doch zeigen, man! Was für Skill! Mr. Maria lebt alleine! Ich schau mir zu ihr! Ist mir egal! Du springst jetzt zu mir! Du springst jetzt zu mir! Alter, ich kotze gleich! Ist doch eine gute Idee, wenn du zu dir springst! Ist doch eine gute Idee, wenn du zu dir springst! Ist eine gute Idee! Ich hab ge... Ich hab ge... Ich hab ge... Geskillt! Ich hab... Ich zeig hier meinen perfekten Skill! Wenn du meine Aufnahme siehst, denkst, alter, meine Fresse! Zeigst du einen steigigen Skill! Deinen perfekten Skill! Skill! Skill, motherfucker! Ja! Ja! Du bist ein Gegner! Hahaha! Ich dachte, du bist bei mir im Team die ganze Zeit! Hahaha! Ich dachte, du bist bei mir im Team! Ja, nee! Nicht ganz! Ja! 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 Ich hab den Kalligrafen weggeboxt, alter! So muss das sein! Ja! So! Hier kommen für euch ein paar Minen! Scheißer Minen! Ah Gott! Die Minen! Ja, genau! Die Minen! Nein! Haha! Squabby! Ah! Schön abgestaubt! Danke für den Kill, ihr Idioten! Ja! 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 Du Abstauber! Ey! Hallo! Nein! 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 Oh nein! Meine Seite sieht so scheiße aus! Was los! Mein Team! Hör auf wegzuspringen! Du Qualle! Du Qualle! Ach man! Das ist wirklich wahr! Ja! Ja! Los! Nein! Ja! 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 Haben wir das gewonnen! Oh! Oh! Dumme Frage! Ne! Haben wir das gewonnen! Ja! Freu dich! So muss das sein! Ich gönne dir den Sieg nicht! Wir haben ein Squabby im Team! Was ist das denn bitte für ein Name, Mann? Wir haben euch vernichtet! So richtig hart! Ah! Halt die Fresse! Halt die Fresse, Alter! Naja! Wir sehen uns dann im nächsten Kampf! Ja! Das ist ein schlechtes Team, was wir abliefern! Das letzte Match war echt... Wir waren alle scheiße! Und wir sind wieder im Gegnerteam! Gut! Merke ich mir! Dann weiß ich ja wen ich töten kann! Ja! Ich töten! Ich werde dich vernichten! Das wirst du gleich erleben! Ja! Wenn du tot in deiner eigenen Tinte liegst! Ja! Weißt du, was ich dazu sage? Was denn? Wollen wir sagen, was ich dazu sage? Ich sage dazu... Wir haben den Kalligrafen im Team! Wir werden euch vernichten! Ich schwör's dir! Weißt du? Wow! Nico! Ja! Ja! Das ist doch so fucking unfair! Wieso kommt der von hinten an? Wieso ist das alles gelb? Mein Team färbt auch nicht ein! Nein! Nein! Ich habe keine Ahnung! ich kann die orten die gegner was nutzt die nicht weil man die scheiß pinseln das ich bin ein pinselspieler alter meine fresse ich hab auch ein pinsel und meine sache ist deiner ich raste hier gleich aus ihr habt euer ganzes team ihr habt den quasto habt ihr die pinsel habt ihr die sniper ja wir werden euch richtig vernichten das ist wohl wahr ich raste hier aus das wird aber der beste part von allen hör auf du ich hab das nicht so katzen hier und jetzt bohrt der captain der pinsel auch noch ich krieg nicht einen kill alter das ist zum kotzen das bringt auch keinen spaß wenn die ganzen sparen kämpfen so felix rache ist süß was habe ich jetzt so waffe da hängt in der mitte bei euch ein sniper was soll ich gegen die machen erzähl mal ich muss ich ja als wenn er treffen kann ich will gut war ist tot ja ja wir vernichten euch einfach alle ja was soll ich machen komm ich mal zum behinderten miss snipe ran das ist nicht wahr ich es bringt halt auch kein spaß mein team hängt da zu dritt an der linken ecke ja ich weiß ich ja sag euch jetzt wo der gegner team ist aber egal ist mir egal ist mir scheißegal es bringt halt auch kein spaß Da, der Sniper oben, der Pinselkopf hinten wieder mit seinem Leich-Klein-Hümmel. Wir werden so hart gewinnen. Was ist das bitteschön? Mein Team zackt richtig hart, was ist los mit dem? Wir kommen da nicht raus, man. Es ist ein Pinsel von dir, das Born Camp. Oh, haben wir euch vernichtet. Das ist nicht vernichten, das ist ja vergewaltigen. Vergewaltigen illegal. Wollte ich mir mal so gesagt haben. Was ist mit den Leuten los? Wer hat gesackt? Nein! Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ach Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss. Wir haben schon reingehauen, sagt man dann. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Splatoon 2 Online mit Miko XC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder welche Projekte ich sonst noch starten könnte. Wenn ihr keinen Part mehr von Splatoon 2 Online mit Miko XC verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf den nächsten Part. Oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht hochgeladen sein, dann drückt doch auf den Vergiss-nicht-zu-abonnieren-Button, damit du nichts mehr verpasst. Und nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder reals.... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Bis zum nächsten Mal.